Heute haben wir den 30. Dezember und eigentlich sollte ja heute der Winter beginnen, denn vor genau 100 Tagen im September war dieses gigantische Schneeblühen am Himmel zu sehen und laut alten Bauernregeln beginnt dann plus minus 100 Tage danach der richtige Winter. Aber wir haben heute nur drei Grad Minus, Nebel. Da hinten sticht ganz leicht die Sonne durch den Nebel. Tja, ich glaube mit Winteranfang ist heute irgendwie noch nicht zu rechnen. Aber wer weiß, vielleicht morgen. In ein paar Tagen ist es schon drei König und danach dreht ja oft der Wind auf Osten. Und dann geht es so richtig los. Ja, aber ich glaube heute gibt es keinen Winter. Also, ciao Leute, bis zum nächsten Wetterbericht.